Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoeCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Create Life. Heute allerdings eine ganz besondere Folge, denn es geht darum, dass wir mal eine komplette Stadtrundführung machen wollen. Wir wollen uns einmal hier die gesamten Ländereien dieses wundervollen Ortes hier angucken. Wir wollen mal schauen, was es alles gibt, was alles passiert ist, denn es tut sich in diesem Projekt doch so einiges. Richtig coole Aussicht von meiner Basis habe ich hier auf das brandneue Hauptgebäude, welches noch ein kleines Eisproblem hat. Das heißt, wir sollten vielleicht versuchen, auf Dauer ein paar Fackeln oder irgendwelche Wärmequellen unter das Dach zu mischen, sodass das ganze Ding nicht die ganze Zeit von Schnee bedeckt wird und von Weitem aussieht wie ein Fliegepilz. Wir beginnen die Rundführung ganz egozentrisch und istisch hier bei meiner kleinen Base auf der schwebenden Insel, die auch so langsam Form annimmt. Das Wasserrad, was wir hier haben, soll später eine kleine Standuhr, eine Kuckucksuhr bepowern, die wir im Inneren des Hauses haben. Die ganze Insel ist vollgestopft mit Technik. Wenn wir jetzt mal hier meine Ansicht verlassen und mal unter die Insel gehen, dann sehen wir das Ganze. Hier ist so einiges an Zahnräder, Werk etc. Und, oh, nicht nur das, sondern der da ist auch noch drin. Sehr schön, lieber Creeper. Ich hoffe nicht, dass das zu Problemen kommt, wenn du da unten in meiner Insel bist. Äh, hallo Creeper? Bist du? Hm, okay, er sieht mich nicht. Wenn der Creeper nach rechts geguckt hätte, dann hätte er mich wahrscheinlich auch noch gesehen. Wir lassen ihn besser mal da unten drin, nicht, dass wir nachher noch irgendwelche Probleme kriegen. Ja, wie dem auch sei. Die Technik, die da unten in meiner Insel drin ist, macht zwei Sachen. Erstens sorgt sie dafür, dass hier das Boot fährt, beziehungsweise fliegt. Und wir sehen, das Boot, das ist ein bisschen schnell unterwegs. Da sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen am Tempo tunen, eventuell. Oder findet ihr das gut? Findet ihr es lieber schneller, besser? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich nicht einschätzen. Die Idee ist aber, dass wir hier eine Brücke haben. Ihr seht das gerade, die Brücke, die fährt dann hier aus. Das Schiff hält an und die Brücke verbindet sich mit dem Schiff. So haben wir dann die Möglichkeit, das Schiff zu betreten. Man muss vorsichtig sein. Und dann kann man auf dem Schiff relativ einfach sich Dinge verstecken. Und das Schöne ist, solange das Schiff in Bewegung ist, ist es nicht möglich, an diese Dinge dran zu kommen. So. Und die zweite Sache, die es hier bei meiner Basis gibt, ist dieser, ja, ziemlich advancede Lift, wenn wir uns das mal angucken. Also da unten sind Lüfter, wie ihr seht. So. Ich kann dann versuchen, bis nach unten zu kommen. Ja, da unten bin ich. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht. Hi Leute. Und die Idee ist jetzt quasi, ich gehe jetzt auf die Dinger drauf und ihr seht jetzt quasi, durch die Luftströme werde ich bis nach ganz oben gebracht. Coole Sache, oder? So. Dann gucken wir mal nach rechts. Da ist das große Luftschiff von Klüm. Das wird ein richtig fettes Ding. Und wie wir Klüm kennen, vom Design her mindestens auch gleichwertig. Schauen wir mal da rein. Okay. Ah, sieht schon ziemlich beeindruckend aus. Klüm, der hat echt ziemliche Bauskills, muss man sagen. Echt bemerkenswert. Unter dem Luftschiff, darunter, sehen wir auch gleich schon den Hafen, unseren kleinen Hafen. Das ist der Anleger. Die Idee ist, dass wir hier für unsere, wie nennt sich die Fabrik nochmal, unsere Essensfabrik, ja, wir haben noch keinen richtigen Namen dafür, Essen produzieren. So. Hier haben wir das Haus von Blizzard. Ich will jetzt gar nicht in die Häuser der anderen Teilnehmer reingehen, denn ich finde, jeder kann so irgendwie das Haus oder sein eigenes Haus für sich selbst vorstellen. Ich fliege mal ganz schnell dorthin. Begutachten das Haus von Blizzard. So, ich versuche hier gerade ein bisschen mit zwei Accounts gleichzeitig zu spielen, sodass wir verschiedene Einsichten haben können. Das hier ist Blizzys Haus. Blizzy hat, glaube ich, einen Fahrstuhl mit eingebaut. Ich weiß nicht, ob ich den hier einfach so bedienen darf. Ich mache das mal. Ja, es funktioniert. Er funktioniert. Er funktioniert tatsächlich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, hat er gut gemacht. Hat er wirklich gut gemacht. Können wir nicht beklagen. Der Fahrstuhl ist echt gut geworden. So. Dann schauen wir mal nach da vorne hin. Da booste ich euch mal hin. Wupp. Das ist die Basis von RGB Pixel, der hier in den Berg hereinbaut, wenn wir mal hier diesen einzigartigen View tätigen können. Ich weiß nicht, ob sein Fahrstuhl auch schon fertig und betriebsbereit ist. Ich gucke hier mal so ein bisschen. Ne, sieht noch nicht danach aus. Aber ich finde den Baustil auch sehr, sehr gut und sehr, sehr cool gelungen. Und bin sehr gespannt, die Basis fertig zu sehen. So. Wo wir gerade bei den Basen von anderen Spielern sind, können wir uns auch mal ganz kurz auf den Weg machen. Und mit einer Yletrine, die ihr jetzt gerade nicht seht, zur Basis von Sparky fliegen. So. Da lande ich mal einfach kurz da hinten. Das ist die Basis von Spark. Da ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz viel passiert. Im Untergrund sehen wir noch den Clutonium-Generator. Witzige Idee auf jeden Fall. Und bevor ich jetzt hier von Monstern komplett angegriffen werde. Nein, 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 nein. Demonstriere ich euch mal die Fähigkeiten, ein richtig OP guter Minecrafter zu sein. Nein, Spaß. Ja. Also, das sind so die Basis der anderen. Basen der anderen. Aber Zentrum unserer Stadt ist ja hier dieser Factory-Bereich. Hier geht ja so richtig die Post ab. Da vorne sehen wir das Chicken von Blizzard. Witzige Idee, dieses Chick, dieses Chick, kann man das so sagen, legt immer mal wieder keine Eier, sondern gekochtes Hühnerfleisch kommt hinten raus. Sehr suspekt, aber scheint seine Arbeit gut zu verrichten und versorgt uns hier doch mit dem ein oder anderen Essen. Also, gut gemacht. Hier unten befindet sich unsere unglaubliche Mine. Da will ich jetzt gar nicht... Wir können ja einmal, wir können ja mal kurz den Blick nach da unten wagen. Wupp. Ein riesengroßes Ding. Dann gegraben von einem Bohrer. Der hat hier, glaube ich, irgendwie alles abgejätet. Guckt euch das mal an, was hier alles los ist. Ziemlich krasse Sache. Klim und Blizzard haben hier auch zusammen eine richtig fette Slime-Farm gebaut. Also hier Spawnground geschaffen. Dort kann Slime spawnen. Der wird dann hier über Luftströme nach oben geleitet. Ihr seht, die anderen, die haben es auch drauf. Die haben auch echt Ahnung, wie man ziemlich cool etwas umsetzt und baut. Ich empfehle daher sehr, da vorbeizugucken. Und hier ist ein Häcksler, der die dann zerstört. Und das Ganze sehen wir dann, kommt dann aus diesem Gebäude heraus. Coole Sache. So. Wir gehen trotzdem mal weiter. Das ist unser provisorisches erstes Lager gewesen. Was haben wir denn? Dann haben wir die ersten Fabriken hier. Das ist eine Fabrik von Spark. Ich weiß gar nicht, was die herstellt. Ich meine, Gold kommt hier mit unter und aus. Früher konnte man immer in die Kisten reingucken. Heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Heutzutage wird das Ganze im Lager gegeben. Die Fabriken sind, wie wir auch sehen, gerade abgeschaltet. Wir haben hier unsere riesengroße Breeding-Anlage. Wir haben da vorne die ersten Beginne von diesem Projekt. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch an diese wunderbaren ersten Folgen. Wenn ich mir das jetzt einfach mal hier so angucke und einmal staune, das ist der Wasserfall, unser Staudamm. Ich weiß nicht, kann man den einmal ausprobieren? Kann man den einmal anschalten? Ich gucke mal, ob es möglich ist. Dazu begebe ich mich einfach mal hier unten herein. Da ist eine Tür. Innen drin, das könnt ihr gerade nicht sehen, ist eine Leiter, die ich hochklettere. So, da bin ich. Hi Leute. Und wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke, dann schließt sich hier im Wasserwerk so eine Art Stempel, der nach oben fährt. Und dieser Stempel hält dann das Wasser auf. Und ohne Wasser laufen die ganzen Wasserräder nicht mehr. Und es wird keine Energie mehr produziert. Das war unser erstes Energiewerk. Aber ich muss echt sagen, das ist uns damals echt ein schöner Bau, schön gelungen. Und ein bisschen, bisschen Energie wurde dahergestellt. Aber nicht genug Energie. Deshalb kam dann irgendwann mal die Idee, dass wir ein etwas kräftigeres, stärkeres und größeres... Und wir sehen, naja, der startet gerade noch, die Wasserwerke starten. Und da kommt auch das Wasser unten raus. Jetzt läuft alles wieder. Wir haben gerade gesehen, die Energie, die wird direkt hier weitergeleitet in dieses Craftinghaus, was mit dem Wasserwerk verbunden ist. Da kann man große Items craften. Coole Sache. Aber wie gesagt, Energie hat nicht ausgereicht. Aus diesem Grund habe ich mich dann mit RGB zusammen auf den Weg gemacht, dieses Riesending da zu bauen. Das ist dieses Werk von außen. Hat das RGB schon mal fertig gebaut. Um jetzt mal da rein zu gelangen, machen wir den Magic Trick und fliegen einmal durch die Wand. Und ab jetzt beginnt das Lagfest. Dieses Kraftwerk ist ziemlich OP. Wir haben hier oben eine sehr, sehr große Etage. Ziemlich fette Etage. Sieht schon sehr beeindruckend aus, wenn man das so von hier sieht. Hier können Bäume wachsen. Die Bäume, die wachsen relativ schnell. Sprucebäume, weil hier alles ausgeleuchtet und hell ist. Und das ist also richtig hell hier drin. Wachsen auch entsprechend schnell Bäume. Wir können denen sogar beim Wachsen zugucken. Und immer mal wieder fährt dann dieses Objekt hier los. Und dieses Objekt sorgt dann dafür, dass die Bäume abgeholzt werden. So. Und wir sehen, hier drehen sich alle Flywheels. Denn das abgeholzte Holz der Bäume wird zu Kohle verarbeitet. Da sehen wir noch. Da sehen wir noch ein letztes Stückchen Kohle. Zack. Das wird nämlich hier zu Kohle gemacht. Die Kohle geht dann in dieses Minecraft herein. So, da ist Kohle nur drin. Und das Minecraft verteilt nun die Kohle auf den Öfen. Und gleichzeitig wird hier noch Cobblestone hergestellt. Und der Cobblestone, der hergestellt wird, wird auch auf die Öfen verteilt. Cobblestone wird zu Steinen geschmolzen. Der Stein, der wird hier verbrannt. Und was wir erhalten, ist Energie. Pure Energie. Dadurch, dass wir die ganze Zeit etwas verarbeiten und verbrennen, haben wir pure Energie, die hier ausgegeben wird. Und diese Energie können wir uns auch anzeigen. Dazu muss ich aber selber erst einmal kurz ins Kraftwerk hereinfinden. Und RGB hat irgendwie gar keinen Eingang gebaut, der Schlinge. Jetzt überhaupt keine Ahnung, wie man reingeht. Aber wenn es keinen Eingang gibt, dann ist manchmal die gute, alte, ich baue mich durch Methode die beste. So, schauen wir uns mal um. Also, ihr seht, ein bisschen laggen tut es hier. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber das Kraftwerk ist halt wirklich intensiv. Aber erzeugt auch intensiv viel Energie. Ja, gute 700.000 Stressunits. Ja, kann man gut mitarbeiten. Ab und zu mal schalten sich einige Units an oder aus. Dann müssen wir in der Performance mal hier ein bisschen arbeiten. Aber es ist dann doch schon eine etwas dickere Angelegenheit, dieses Kraftwerk. Coole Sache. Neben dem Kraftwerk befindet sich das RG Betonwerk. Das hat RGB gebaut. Das ist ein Betonwerk, bei dem man Farbstoff hier in dieses Objekt reintut. Und dann bekommt man da direkt Beton ausgegeben. Könnt ihr aktuell nichts sehen. Ist aktuell nicht viel drin. So, Klüm hatte hier angefangen, irgendwie einen Graben zu graben. in dem eine Kanonisation stattfindet. Wenn wir uns das Objekt da angucken, dann sehen wir, das ist der riesengroße Creeper Tower, den Sparky gebaut hat. Hier sind Katzen. Hier ist Spawn Ground. Hier können Creeper spawnen. Und die gespawnten Creeper, die fallen dann hier runter und werden dann in dieser Milkshake-Anlage zu ganz gesundem Creeper-Milkshake Don't Breathe gearbeitet. Die Creeper werden dann weiterverarbeitet zu Schwarzpulver. und mit Papier wird hier Feuermaterial oder wie heißt es hier, Raketenmaterial erzeugt. So, den Hype-Train müssen wir gleich nochmal anschieben. Der Hype-Train ist ein bisschen, der Hype-Train ist stehen geblieben zu diesem Projekt. Das ist nicht gut, Leute. Das Projekt muss weiter gehypt werden. Also Ausrufezeichen Hype. Ja, wo bin ich denn? Da bin ich. Okay, dann kommen wir zum absoluten Highlight und zwar das Haupthaus. Das ist so das Zentrum von uns allen, unser Zentral, unsere Firma, also der wirklich wichtigste Punkt. Da haben wir hier einen Eingang, eröffnet sich hier diese Tür. Wir sehen, das hier ist eine Art Durchgang. Durchgang mit Knöpfen. Einige wissen schon, was das ist. Das hier ist auch gleichzeitig ein Fahrstuhl. Also nicht nur eine Tür, die hier in die untere Ebene reinführt, sondern auch ein Fahrstuhl. Wenn wir uns hier unten mal umgucken, hier ist das Hauptlager. Wirklich alles, was an Items zusammenkommt, wird hier eingelagert. Und ich muss schon sagen, das ist schon, Hu Boy, ein ziemlich, ziemlich beeindruckender Ort. Wenn man sich das mal so anguckt, hier herumfliegt und Spark hat hier die ganzen Techniken gebaut, die dafür sorgen, dass das hier alles rauf und runter geleitet wird, dann haben wir noch die Fahrstuhltechnik daneben. Das darf ich euch mal hier so zeigen. Das ist hier die Fahrstuhltechnik, die ich gebaut habe. Die sorgt dafür, dass dieser Hauptfahrstuhl fährt. Und den können wir uns mal ganz kurz angucken. Ich kann mich nämlich jetzt einmal in diesen Fahrstuhl hereinbegeben. Wenn ihr jetzt mal ganz genau bei eurem Gerät hinguckt, seht ihr, wie ich da unten stehe. Da seht ihr mich ein bisschen? Da, halli, hallo. Ich kann ja mal die Tür öffnen. So, schup, da bin ich. Kuckuck, hallo. Und jetzt fahre ich mal mit dem Fahrstuhl bis nach ganz hoch oben. So, und wir sehen, das Fahren nach oben passiert wie folgt. Man wählt ein Stockwerk an, die Türen schließen sich und der Fahrstuhl macht sich auf den Weg und fährt nach oben. So, wundert euch nicht, dass ich da jetzt so ein bisschen herumbagge. Es ist halt so eine Sache, die passieren kann bei diesem Fahrstuhl. Und das Besondere bei dem Fahrstuhl ist, dass er nicht nur irgendwo hinfahren kann, sondern man kann auch richtige Calls setzen. Also ihr seht, ich habe jetzt gerade hier diesen Call gesetzt. Die Lampe leuchtet. Das bedeutet, wir warten darauf, dass jemand aus dem Fahrstuhl kommt. Und ihr seht, der Fahrstuhl ist auf dem Weg und hält an. Ich kann aus dem Fahrstuhl herauskommen. Wow, und das müsst ihr euch mal angucken. Wenn ihr jetzt in meine Sicht reingeht, seht ihr hier die große Lobby. Wir haben hier echte Rolltreppen, die hat Spark ganz neu hinzugefügt. Richtig geile Sache. Also, Shoutouts an Spark, das ist ihm wirklich gut gelungen. Coole Idee auch, hat alles gedacht. Linksverkehr, aber läuft. Finde ich witzig. Also die Rolltreppen gefallen mir richtig gut. Schönes Detail. Wir haben hier unten eine Mensa, die werden wir demnächst noch mit RGB zusammenbauen. Dort soll es dann das Essen geben, was aus unserer Fabrik kommt. By the way, lasst uns mal in unsere Fabrik reingucken. Ich befinde mich hier auf der obersten Ebene dieser Fabrik. Aber wir können nach unten abtauchen. Und hier haben wir die eigentlichen Hallen. Hier hatten wir früher die Energieerzeugung. Früher haben wir die Energie in dieser Fabrik analog noch erzeugt. Aktuell bekommen wir die Energie über eine lange Welle aus dem Kraftwerk. Das Kraftwerk versorgt aktuell so ziemlich alles hier in der Stadt oder soll alles versorgen. Ja, und das hier ist unsere riesengroße Fabrik. Vielleicht, ja, wir sehen es ja gerade mal. Das ist ein gutes Timing. Wenn hier auf dem Feld alle zwei Minuten Essen abgebaut wird, da macht sich per Förderband das Essen auf dem Weg in die Fabrik. Let's go now wait a while. Wenn die ganze Zeit das Hühnergegackere mit der Rund. So. Das fällt dann hier herein. Wir haben ein langsames Förderband. Das Förderband ist deshalb langsam, damit das Essen hier zusammengestackt werden kann. Und dann geht es weiter. Hier wird das Weizen aufgeteilt. Die Hälfte des Weizen geht in diese Maschine hier rein. Diese Maschine craftet Cookies. Zack, da kommen acht Cookies heraus. Die Cookies, die wandern einmal hier an unserem Cookiebrunnen vorbei. Und ich sehe, da ist ein kleiner Fehler drin in der Technik. Auch cool. Ich frage mich gerade, wo der Fehler ist. Da ist der Fehler. Da ist der Fehler. Genau an dieser Stelle ist der Fehler. Moment. Okay, der Fehler lässt sich beheben, indem ich mal ganz kurz hier einen Rechtsklick drauf mache. Na, komm schon. Supi, wunderbar. Da habe ich gerade den Klick drauf gemacht. Und ab jetzt sehen wir, kommen die Cookies auch ja hier oben raus. Und alles, was wir nur an Cookies gerade nicht benötigen, wird sofort ins Hauptlager gebracht. Wir sehen das jetzt gerade einmal hier über dieses Förderband. Das ist unser wahren Ausgangsförderband. Gelangen die Items hierher, werden hier runter gedroppt und landen im Lager. Und hier werden sie dann zusortiert. Das heißt, wir können auch mal kurz die Cookies hier begleiten, wie sie ihren Weg durch die Lagerhallen nehmen. Und jetzt gleich sollten sie dann zusortiert werden. Nee, noch nicht. Aber jetzt auf dieser Ebene, da sind die Cookies und Schmatz, Schmatz, Schmatz. Man hört auch richtig, wenn man hier hingeht, wie dieses Viech Cookies isst. Und sie befinden sich im Lager drin und werden jetzt hier endlich voll gemacht. Nice. Cool. Da war ein kleiner Fehler drin, der Technik. Aber ich finde, es sieht schon beeindruckend aus, wenn hier die ganze Zeit Cookies auf dem Fließband rollen. Gut. Dann versuche ich mal, hier wieder rauszugraben. Zack, zack. Und wir können die Tour fortsetzen. Gehen wir mal weiter. Was gibt es denn noch? Was haben wir uns noch nicht angeguckt? Ich glaube, wir haben uns ja so ziemlich alles Mögliche schon angesehen. Also hier geht noch einiges mehr ab. Es werden hier noch weitere Essensgüter produziert. Ja. Und ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir gesehen. Ich muss das Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge strecken. Die coolsten, wichtigsten Sachen haben wir gesehen. Die Basis von Fabo ist da hinten noch. Wie es mit anderen Teilnehmern aussieht, weiß ich gerade nicht, welche noch aktiv sind. Ich bleibe auf jeden Fall noch aktiv. Geiles Projekt. Macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich muss ja auch noch meinen Eingangsbereich ein bisschen weiterbauen. Und jetzt werde ich erstmal ein bisschen an meiner Base weiterarbeiten. Vieles mache ich live auf Twitch. Das heißt, seid gerne dabei. Und ja, an dieser Stelle danke ich euch herzlich fürs Zuschauen. Sage hier mal einfach so in die Kamera. Macht's gut. Bis bald. Und ciao, Leute. Und jetzt gehe ich erstmal diesen Creeper hier erledigen. Das geht auch echt gar nicht so. Voll Ende.